Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battle Club Theater Together, wieder mit Katan. Hallo. Und hier jetzt zum Grande Finale. Ja, schauen wir mal, was ist erwartet. Oh ja. Ich hab Angst. Muss nur du. Muss zum Hall of Dudes? Guck mal, was ist denn der Hall of Dudes? Was zum... Lass mal die Bilder anschauen. Was zum... Guck mal, die Kitty! Die Kitty! Die arme Kitty sieht irgendwie sehr glücklich aus. Ich wollte sagen, ich wollte sagen, die ist wirklich sehr glücklich. Ist das ein Nyan Cat? Das ist ein Nyan Cat! Nyan Cat! Löffliche Ausführung. Dude 1. Die Musik. Ja, das ist ein Nyan Cat. Ja, ja, ja. Ich glaub der Kank hat sogar Nyan Cat. Und um die Dinge zu verursachen, ist es super gefährlich. Danke, du bist willkommen. Oh! 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 Cool! Boah! Nein! Nein! Das... Ach, wir sollen dann den Rest... Wir sollen da drunter durchkleiden! Ach so! Wir sind da oben nämlich dran! Aha! Habt ihr mal geholfen? Danke! Schweinchen! Wirklich sauer, ganz genau! Ach so! Schweinchen! Ehm... 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 Der ist ein J-Leporter, aber der geht noch nicht. Werfen! 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 Schau... Die Scheu müssen weg. Nein! Ah! Okay! Sie müssen mich da noch... Was ist jetzt? Was zum... Ah! Ach nein! Dann kommst du da nicht da unten wieder raus? Keine Ahnung! Die kommen da nicht mehr rein, irgendwie. You stop that! Ah... Ja... Ja... Wtf... Ja? Nein, der springt nicht mehr, oder wie? Nee! Okay, kam nicht mal die Werf-Animation, okay? Auch gut! Vielleicht müssen wir jetzt hier hoch. Nämmer! 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 Oh ja! Ah! Schön! Nein! Ach so! Ey! Ich hab ne Vermutung, wie es eigentlich gedacht war. Schau mal auf! Okay, schon nicht! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Komm mal her! Danke! Das ist wahr! Jetzt hier durch! Ey, das schweiz ich eigentlich mit... Da unten der Teleporter! Ja, ich versteh schon! Ja, so! Okay! Egal! Komm mal her! Nicht du! Ach so! Oh! Oh mein Gott! Wir haben uns grad irgendwie verwechselt! Au! Oh! Oh! Nett! Oh! Und oben ist das Exos schon! Nett! Oh! Nett! Oh nein! Oh Gott! Ich hab das Gefühl ich brauch mehr Anlauf! Ich hab das Gefühl ich brauch mehr Anlauf! Klappt es besser! Das Gefühl ich brauch mehr Anlauf! Nett! Na! Toll! Du hattest es falsch! Du machst es falsch! Und das ist auf Zeit.. Alter! Oh, ich bin drüben! Scheiße! Ja? Ach, da muss ich hin, okay. Oh mein Scheiße! Ah! Oh Gott, dann! Ne, das kann man vergessen, da drüben muss man auch Schalter drücken. Oh mein Gott! So viel zum Grunde Finale, ne? Oh, scheiße! Achso, ne, das war... Ah! Wenn er wieder drauf geht... Bam! 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 Okay. Ach, scheiße! Ja, ich denk auch immer, dass man mit denen springen kann, aber nur... Oh nein! Bitte lass mich! Ah! Die sind gleich gekommen, die sind gleich gekommen! Ja! Und... Sch... 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 Helfer! Ja! Sch... 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 Ja... Sorry, irgendwie helfen mir die Geräusche grad, auch wenn sie bescheuert sind. Kein Problem! Ab so, wir machen das ja! Guck mal, jetzt kommen wir hier als stolte Fässer grad bei... Woaah! Okay, das ist so... Sch... 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 Ach... Sch... Ach... Halt! Warte! So, ist den... Linken... So, und jetzt den rechten hier. So... Sch... So... Äh... Läsch, leider nicht hoch! Ach so, wie... Du hast auch... Okay! Nein! Oh, toll! Versteck ist da... Schäu-der... Du machst dann wieder... Nee, wir müssen warten, bis die Dinger kommen. Warte, geh mal auf mich drauf. War zwar wahrscheinlich nicht so gedacht, aber... Egal! Egal, Hauptsache wir haben nicht gern. Und dann schleudern. Genau. Scheiße! Ich wollte dir die Hand reichen! Guck mal, du wurdest schon wieder gepiext, aber irgendwie auch nicht. Was ist das? Ja, mach dich einfach. Oh, mein Gott, das ist toll! Oh, mein Gott, das ist toll! Oh, mein Gott! Oh, das ist so schön! Oh, das ist für den Gamer. Oh, das ist für den Gamer. Okay, das ist für den Bust-Each. Ich habe den Gem. Ich habe den Gamer. Ja. Nice! Was zum... Was? Okay, ich dachte Schweine. Springe ein! Okay! Äh... Ah! Toll! Wir haben uns den Gem. Nicht vermischt. Okay. Äh... Ja, ist okay! Oh scheiße! Oh scheiße! Oh scheiße! Oh scheiße! Oh scheiße! Oh scheiße! Ich kann einfach... Ja! Ich muss dich eh werfen! Ah! Erh... Erh! Erh... 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 Was zum... Herr... Herr ... Herr... Geweilt! Ich rechte dir die Hand! Ich rechte dir die Hand! Okay! Geh ein Stück nach rechts! Danke! Achso, es kann nur einer probieren. Scheint so. Oder was ist da oben? Ja, das können wir auch mal probieren, aber geh mal erstmal. Hier ist nur das Volk, weil wir müssen nachher holen. Ja, oder so. Boah, ist zum... Okay, ich hab's nicht geracht, aber es hat irgendwie funktioniert. Okay, schon. Ich komm nicht zu dir! Achso, ich muss... Ich muss... Jetzt! Bleib mal auf dem Schalter stehen, ich muss das abteilen. Bubble, wir müssen erstmal da weg. So, spuck die Bubble! Jetzt geh ich hinterher! Uah! Okay. Oh mein Gott! Jetzt hat das super funktioniert. Oh, ich muss den runter! Ah! Ja! Danke! Vielleicht kann ich drauf. Oder du kommst rüber. Du kommst zu dir! Nice! Ah! Schmeißen! Ne, ne! Ah, okay! Egal! Geh weiter! Geh ein Stück nach links und dann komm ich! Ach, da oben! Geh ein Stück nach links und dann komm ich! Geh ein Stück nach links und dann komm ich! Oder auch nicht! Ja, dann probier nach oben zu gehen! Okay! Nein! Ja! Ah! Ach, da kommt auch noch ein... Ja, was schon! Mach mich halt so! Hä? Wirf mich! Wirf mich! Wirf mich! Wirf mich! Wirf mich! Wirf mich! Nein! Nein! Komm! Das muss doch gehen! Hä? Hä? Geh mal auf den Schalter! Geh mal auf den Schalter! Ach so! Nicht viel! Nein! Ich wollte es direkt... Mach! Dufe Zeitlevel ey! Dufe Zeitlevel ey! Vor allem, dass man das Boot auch erst herrudern muss! Das ist so unnötig! Ja! Ah! Also! Langbar! Das ist es! Ei! Nein, Falck! Das ist alles besser! Ahah! Ahah! Ach so, ich bleib mal auf den Schalter! Nein, scheiße! Achso, nee, das war eh nur für Spoilknoll. Mach nur, du hast das Voraussetzung bekommen. Okay. Ich hab keine Ahnung, wie du dich gemacht hast. Ich hab auch keine Ahnung. Aber das war die falsche Richtung. Ja. Nein! Es läuft schon mal um. Nein, wieso? Ach, nein! Mach nichts! Nein! Ja, super. Nein! Hä? Kann ich Sie das probieren? Ja. Ach, komm. Wirf mich mal, bitte. Danke. Bitte. Ja! Ja! Hab's! Okay! Yes! Versuche! Versuche! Schalter! Und jetzt... Äh... Jetzt hab ich versichtlich gesprungen. Ach, nichts! Schalter runter! Ach, Schalter runter! Ach, Schalter runter! Wenn ich drüben bin, muss ich von... Schalter runter. Ja, ja. Hab ich gerade verpeilt. Runter, runter, runter! Danke! Alles gut! Und runter! Und zack! Und zack! Und zack! Und... Upsi! Upsi! Ach, Stück! Da war ja, weiß ich. Bleib dann mal unten drauf stehen. Du hast dich vorher aus durch Super-Game gemacht. What the fuck? Fake this! Okay. Oh boy! Nein! Na toll. Ich kam irgendwie nicht viel vorher nach da oben, dass ich's auch versuchen kann. Nee, ich komm da irgendwie nicht lang. Ah! Kannst du jetzt? Ja, jetzt. Ich hab's schon die ganze Zeit probiert. Ja! Nein! Ach so. Wir müssen dich rüberbringen. Dann muss ich schnell auf das... Ding hier. Ah, verdammt. Okay, okay. Verstehe. Ich muss halt schon... Währenddessen mit... Ja! Ja! Nein! Komm schon, komm schon! Nein! Was ist das für ein beschissenes Ende? Komm, 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 komm! Okay, okay. Okay, geh einfach mal rein. Oh mein Gott, das ist gracious! Geh einfach! Geh einfach! Ja, ich mach das schon. Passt den Camp da oben an. Okay. Upsi. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein! Nein! Oh nein! Ich kenne das! Hehehehe! Nein! Okay, nice. Gut, 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 gut. Was zum... Kann ich mal vielleicht... Toll. Dann dürfte ich mal vielleicht... Stell dich mal zu der Fahne nochmal hin. ... ... Ich bin auch weiter gekommen. Irgendwie müsste das doch funktionieren. Danke! Jetzt gehen wir aber zuerst recht drauf. So. Und jetzt kann ich dir auch helfen. Und zwar ohne Probleme. Okay. Und jetzt nach links? Ah... Achso, wir müssen es doch aktivieren. Okay. Zumut kann ich es wieder probieren. Ja, ja. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Wieso? Hä? Was geht denn da ab, ey? Okay. Was geht ab, dass ich... Nein! Ey, ich bin da gelandet. Okay. Danke. Ey, ich wollte nicht zu weit. Komm schon wieder, du Teil. Ha! Yes! Komm, 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 komm! Ja, schön. Weg, 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 weg! Danke! Bitte! So schlecht sind wir eigentlich gar nicht mehr. Es ist nur immer dieses verschissene Ende. Oh ja. Komm, das passt gut. Ich will mich jetzt wieder so lang hin, bis ich bei dir komme. Nein! Okay. Komm nicht bei dir. Scheiße! Ich muss erst wieder auf den Schalter. Okay, ich warte jetzt hier. Geht nicht. Scheiße. Nein! 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 Egal, geh einfach alleine durch. Aber wenn du es da durch schaffst, an der Stelle, dann kann ich einfach wieder mit... Wenn du zwischendurch landen kannst, kannst du von dort aus auch hoch springen. Ich kann auch tauschen, wenn du willst. Das ist ein Versuch. Ja. Dann musst du ihm was sagen. Du hast es halt vorher so super hinbekommen. Okay. So. Soll ich wieder runter, oder? Ja. Ja, komm, komm! Nein! Ich tue es doch! Nein! Es ging nicht schneller! Ja, sorry! Ja, komm, du bist doch vor Arsch, wir haben es doch schon! Nein! Jetzt lass mich raus da! Ja, komm! Was ist denn für eine Verarsche, ey! Oh, ich bin für eine Verarsche, ey! Das ist verdammte Mist-Level! Ja ok, ich gehe jetzt noch weiter. Wir haben ja keine Zeit mehr. Ups, ich habe mich schon mal aufgehängt. Du auch? Ja. So, perfekt! Wir müssen das Link aber auch aktivieren dann. Das mache ich gleich. Ja. Das konntest du jetzt besser als ich. Ja. Wenn ich mal hochkommen würde... Nein! Genau. Ha! Hat's! Jetzt zähle ich mich zur Fahne. Dann kommst du da unten hin. Dann ist der Schalter. So, runter, runter, runter. Perfekt. Perfekt, perfekt. Aber guck mal, wir sind noch bei zwei Minuten. Das ist schon gut, soll ich dich mal probieren. Ok. Das beginnt ja sehr super. Warte. Ich war doch noch nicht mal drauf! Perfekt. Das hatte ich aber eben auch ein paar Mal. Perfekt. Ach, komm schon. Das war doch super. Da ist noch voll unter Zeitdruck. Oh ja. Das ist doch... Das war mir auch noch so blöd. Weißt du bist immer schön oben gespawnt und ich... Verstehe ich nicht. Perfekt. So, jetzt haben wir noch zwei Minuten für diesen Scheiß. Okay, komm, ich geh... Du gehst hoch. Du gehst hoch. Ja! Nein! Nein! Ah! Oh! 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 Hattie! Die Swwarbeiten und rehabiliten. Ich hatte gar keine Sprachausgabe. Imellenz Älken. Ja. Kommst du! Ach, wir müssen ja wieder laufen. Oh, guck mal, ich hab Heddy. Ich hab Heddy. Ach, Heddy, nur ein Heddy. Ich hätte echt eben keine Sprachausgabe. Ich hätte da irgendwie schon schwein. Gehebs-promises, whatever that means. And treat ourselves to a nice big mug of hot cocoa. What do you say Hattie? But Hattie wasn't his normal, jovial self anymore, children. He didn't say a word. He didn't even respond to hugs. Freakin' hugs! He loves hugs. But he wasn't moving. He wasn't even blinking. Where's he gone to? Where? Wiggie, wiggie, gimme that funky beat. So now it's come to an end. We tried so hard, but lost it all, and you were my best friend, you were my Hattington, Hattie, Hattington, and when you reached for help, we were too late to take your hand, but we're here now, you're the moon and we're your stars, and we're here for you as you fade into the dark, fade into the dark. I love you Hattie. So your best friend's a vegetable now, blah blah blah, but you know what they say, when life gives you potatoes, you make potato salad, and I got just the recipe. Hit it! Buckle your pants, buckle buckle your pants, pull up your socks and dance. Buckle your pants, buckle 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 your pants. Hey, I said dance! Buckle your pants, buckle 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 your pants. Ladies, buckle your pants, gentlemen, buckle your pants. Boys and girls of all ages, buckle your pants, or they might fall down. Hey, you! Buckle your pants. Yes, you! Buckle your pants. Everybody, buckle your pants. But if you don't want to, that's fine. Buckle your pants. Buckle your pants. Buckle your pants or your pants will fall to the ground. Buckle your pants. Just buckle them babies nice and tight feet. Buckle your pants. 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 Lolo! 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 Oh, ich verstehe es. Ja, das macht jetzt alles Sinn. Ja, auf jeden Fall. Ach, herrlich. Gott. Ja, schön. Ja, das war es. Aber es war ein sehr würdiges letztes Level auf jeden Fall. Oh ja. Aber wir hätten es im Prinzip so oft haben können. Ja. Ja, aber das Timing von diesen Dingen ist um den Zimmer inzwischen gekommen. Ja, und das ist immer kurz bevor das aufgehört hat zu wirken ja schon losgeschleudert, ne? Ja, ja, und dann halt der Zeitdruck dazu, dann wird man automatisch nervöser und, ja. Ich weiß genau, warum ich diese ganzen Zeitlevel nicht wollte. Diese ganzen drei Level, die wir immer jeweils ausgelassen haben, das wären alles nochmal Zugaben gewesen. Äh, auch nochmal Zeitlevel. Ja, und dann hätte man sich da auch nochmal mehr Gems und so holen können. Ja, ich glaube, wenn man es auch nochmal widerspielt, könnte man auch, selbst wenn wir die bisher schon gefundenen Gems, könnte man sich dann auch wiederholen, um die Gefangenen freizuschalten. Ah, okay. Dadurch, dass man auch mit denen handeln kann und so, wäre das ja sonst irgendwie unsinnig, wenn das nicht gehen würde. Ja, das fehlen ja auch noch so einige. Ja. Na gut. Ach ja. Ja, dann hoffe ich nur, dass das jetzt mit der Endmusik keine Probleme auf YouTube gibt. Hahaha. Mir wurde das Trommelfell geplatzt. Oh, war das bei dir so laut? Ja. Bei mir ging es eigentlich. Naja. Naja. Okay. Äh, wer war dran? Keine Ahnung, aber was gibt es eigentlich großartig zu sagen? Also ein sehr, sehr schönes Spiel und in der Steam-Version auch mit Level Editor. Ja. Es gibt hier auch die Möglichkeit, Custom-Labs zu spielen und zu erstellen, was ich sehr schön finde. Bietet sich bei dem Spiel hier auch echt an. Auf jeden Fall, so halt wie bei Portal. Ja. Super Sache, dass sie das eingeführt haben. Ja, und ich habe es ja im Summer Sale erstanden, also ich glaube, ich habe da nur 3 Euro für bezahlt. Ja, bei mir war es ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Summer Sale war, aber es war auch irgendwann schon mal im Angebot, da habe ich das mal erstanden. Äh, auch für einen günstigen Preis. Mhm. Ich meine, es ist nicht so, dass man das den Entwicklern nicht gönnt oder so, aber ja, Videospiele sind halt immer teuer, da guckt man schon mal, ob man irgendwie ein Angebot bekommt, ne? Ja, das ist wohl wahr. Ich denke, das ist denen immer noch lieber, als wenn man sich das illegal irgendwo runterlädt. Naja. Und auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, definitiv. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, vor allem auch, wenn man so wie bei mir hier im Hintergrund sich gegenseitig auch mal so ein bisschen drollt zwischendurch. Es ist herrlich. Ja, dann hoffen wir, dass es euch auch gefallen hat. Und ich weiß gar nicht, war ich eigentlich dran? Ich weiß es nicht. Ist ja auch eigentlich relativ wurscht, letzte Part. Ja, ich mache jetzt einfach. Ja, dann mach ruhig. Ja, also wie gesagt, wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Wir haben auf jeden Fall sehr viel gelacht. Oh ja. Und ja, vielleicht wird ja mal irgendwie Custom-Levels oder so von uns kommen, wie bei Portal. Mal gucken. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Projekt. Tschüss. Ciao, Leute. Tschüss.